hallo und willkommen bei einer neuen folge wolfenstein der old blood diesmal mit dem komischen ungetüm gehts jetzt weiter da haben wir aufgehört schauen was der so kann schlagen kann er schon mal rechts links noch schießen na gut er kann schießen aber schlagen gott los geht's was sind wir kaputt schießen anscheinend gleichzeit erwitschen kann raussteigen gute frage naja mit der taste erst mal ein bisschen money wiederholen hier das ding was runter gut das geht ja leicht nur irgendwas nö anscheinend nicht muss man sich erst dran gewöhnen hier dem schießen und mit dem nöden da kommt er ja Na, wir nehmen mal beide Schlag. Erzähl hier. Oh, du vollen holst einige Runde. Dann scheinen, dass ich da erstmal reinlau. Mal erst mal hier alle kaputt haben. Mal erst mal hier. 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 mal ein bisschen ich dachte das war das waren schon mal mehr so schnell So, jetzt gehen wir hier rein. Hallo, ich bin hier. Nächste Tor hier. Hör auf zu schießen, Mensch. Idiot. Okay. Also wieder raus. Guten Tag, was gibt es hier bei dir? Gold. Äh... Irgendein Schlüssel anscheinend. Ah ja. Gibt es noch hier irgendwas? Oh, hallo. Oder nie? Oh, wir können jetzt nur aussahmen. Oh, da kommen einige. Die schießen da noch alle. Jetzt ziehen wir alle von oben runterfallen. Oder von unten rauskrabbeln. Ja. Da nehmen wir halt mal doppelt Sinn. Boah! Ja, da nehmen wir halt mal doppelte. Oh! Oh, da ist ja was. Na komm, nehmen wir das halt mit. Oh, da sind ja echt viele, du. Oh, da müssen wir es doch schnell holen, kann man es da aufladen. Oh, da ist mir in Ruhe. Ich will doch nur die Waffe aufladen. Oh, schnell. Oh, da haben wir es ja überall rausgekappelt. Oh, wir laden sie nochmal auf. Oder wir schießen kurz von hier. Oh, keiner mehr. Und direkt aus der Hölle hier anscheinend. Jetzt können wir wieder in unseren Tickern mit Tickern rein. Oh, nütz. Oh, jetzt kommen einige. Kommt endlich hier noch alle her. Guten Tag. So, und jetzt kommen wir hier durch. Na, wir wenden. Schauen wir mal, ob hier irgendwas ist. Wollen wir da rausgehen. Nur Heilung. Tür ist zu. Da kommt man nicht rein. Nein, da können wir wohl raus. Das war wohl der kleine Ausflug mit unserem Greifer oder wie auch immer man den nennen mag. So, wie ihr seht, neues Kapitel, Ausgrabungsstätte. Wie das aussieht, könnt ihr dann in der nächsten Folge schauen. Wenn ihr noch nicht wisst, wie ihr die schauen könnt, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Dann werdet ihr die Folge auch nicht verpassen. Bis dahin. Tschüss.